Niemand ist gerne krank, aber wenn es doch einmal passiert, wünschen wir uns eine Diagnose und Therapie, die genau auf unsere Probleme abgestimmt ist. In der Praxis ist dies jedoch nicht so einfach zu leisten. Bis jetzt. Mit der personalisierten Medizin soll das anders werden. An die Stelle allgemeiner Heilungsansätze tritt dann ein individueller, ganz auf den Patienten abgestimmter Ansatz mit präziser Diagnostik und beschleunigter Medikamentenforschung. Eine vielversprechende Entwicklung, die jedoch nur dank intelligenter Systeme und maschinellem Lernen, also KI, möglich ist, da riesige Datenmengen verarbeitet und analysiert werden müssen. Und eine Entwicklung, die dabei helfen kann, großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel zu begegnen, aber auch chronische Volkskrankheiten oder seltene Erkrankungen besser behandeln zu können. Wie diese Technologie nicht nur helfen kann, sondern dabei auch zuverlässig und verantwortungsbewusst gestaltet wird, erforscht ein internationales Team aus herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Leibniz-KI-Labor unter der Leitung der Universität Hannover.